In diesem Video stelle ich euch eine weitere sehr beliebte Salatkräutermischung vor, die italienische Salatkräutermischung. Wiederum selbst gemacht und auf meiner Salatkräutermischung basisbasierend. In dieser Playlist hier oben sind alle meine Salatkräutermischungen zu sehen. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kuckstum mit Kalle. Herzlich Willkommen! Und hier die Zutaten für die italienische Salatkräutermischung. Ihr benötigt 40 Gramm Salatkräutermischung basis, 3 Teelöffel Oregano gerebelt, 3 Teelöffel Tomaten getrocknet und gemahlen, 1 Teelöffel Rosmarin getrocknet, 1 halben Teelöffel Koriander getrocknet, 1 Teelöffel Paprika edelsüß, 1 halben Teelöffel Kurkuma und 1 halben Teelöffel Chiliflocken. Die groben Bestandteile müssen zunächst gemahlen werden. Das sind die Chiliflocken, Oregano und Thymian. Dann alles in ein Glas abfüllen, Decke drauf, gut durchschütteln und fertig ist eure italienische Salatkräutermischung. Wenn ihr exakt so arbeitet, wie in diesem Rezept beschrieben, habt ihr am Ende 60 Gramm italienische Salatkräuter. Und hier noch das Mischungsverhältnis für ein leckeres Salatdressing. 1 Teelöffel italienische Salatkräutermischung, 3 Esslöffel Wasser, 1 Esslöffel Olivenöl oder Öl eurer Wahl. Alles gut verrühren und kurz ziehen lassen, bevor es zum Salat hinzugefügt wird. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.